Hallihallo und Willkommen zum längst überfälligen Gamescom Infovideo. Ich wollte es schon vor zwei Wochen oder so machen, aber ja, ihr wisst wie das ist, dann kommt das dazwischen und bla. Wie sehe ich sie etwas dick aus, wenn ich so sitze? Und das bin ich doch gar nicht. So, ich mach mal meine Beine ein bisschen höher, dann könnt ihr mich auch besser sehen. So, ja, ich mach's kurz und schmerzlos, ja, ich werde diesen Samstag, also am, was sagt der Kalender, am 18. mit ein paar lieben Leuten auf der Gamescom herumwuseln. Meine Katze ist gerade von der Fensterbank gefallen, Feinmaron. Ja, und zwar, so, ihr könnt euch alle denken, was für ein Cosplay das ist. Ähm, ich habe sogar, den grünen Rock zeige ich euch jetzt nicht, denn den habe ich nicht an. Ich habe sogar den Glücksbringer drin mit der, mit dem roten Innenleben, das kann man sogar rausnehmen und, ähm, meinen, na, wo ist er? Welche? Da. Mein Embryo, den ich auswirken kann, den habe ich auch dabei, ja. Das heißt, das wird ein Heather-Cosplay. Okay, die Perücke ist ein bisschen kurz, die sieht leider nicht so schön aus, wie sie auf dem Foto bei Ebay aussah, aber was soll's. Ja, da werde ich also rumlaufen und ich würde mich tiergeschreuen, wenn ich irgendjemanden von euch da treffe und wenn ihr mal Hallo sagt. Denn ich habe auch eine spezielle Aktion geplant. Und zwar werde ich eine Art Konhon, ähm, wer nicht weiß, was es ist, möge ich es bei Wikipedia nachschlagen. Eine Art Konhon mitnehmen, wo jeder von euch, ähm, egal ob Let's Player oder nicht, ihr müsst noch nicht mal mehr Abonnent von mir sein. Ich bin gnädig. Ähm, oh, da, diese Strähne nervt mich da. Ähm, ja, wo jeder von euch was reinschreiben, reinmalen, was auch immer machen kann. Und wenn ihr euren YouTube-Namen mit dazu schreibt, dann, ähm, nehm, nehmt ihr in einer Verlosung teil. Und zwar verlose ich, es ist immer so alles, immer alles so weit weg, ein T-Shirt von, Achtung, kann man das sehen? Silent Hill 4 mit Robbie the Rabbit drauf. Es ist schwarz, offensichtlich. Und es ist in Größe... Kann man nicht mehr lesen, aber ich glaube, es ist Größe M. Da ich XS habe, ist es mir schlicht und ergreifend viel zu groß. Und ich habe das immer nur, äh, was heißt immer nur, ich habe das zwei, dreimal, äh, am Wochenende angehabt. Also es ist, äh, nicht neu, aber fast neu. Und ihr kriegt das natürlich auch frisch gewaschen, enthart und gebügelt von mir aus, auch wenn es denn sein muss. Ähm, ja, wenn ihr mich da also trefft, dann nehmt ihr an dieser Verlosung teil, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr mal Hallo sagt. Ähm, so auffällig, äh, bin ich nicht. Es wird garantiert auffälligere Cosplayer geben, aber vielleicht erkennt ihr mich ja trotzdem. Und, ähm, dann sagt einfach Hallo und verewigt euch in meinem Konhon. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil da immer diese ganzen verrückten Anim-Wächsler mit herumlaufen. Ja, jetzt fühlen sich vielleicht ein paar von euch beleidigt, tut mir leid, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich nenne es einfach so, weil ich keinen besseren Begriff weiß, äh, bei Gamescom-Poesie-Album. Mhm, mhm. Ja. Also, meine Brücke ist echt beschissen irgendwie, aber ja, Hauptsache blond, ne? Blondes have more fun und so. Ja, also, ich bin da, ich würde mich freuen, wenn ihr auch da seid, wenn ihr Hallo sagt, wenn wir uns treffen. Und wenn wir uns nicht treffen, werde ich trotzdem ganz viele Fotos machen und, äh, vielleicht auch ein paar Videos. Und die wird es bei YouTube geben, ein paar auch bei Facebook. Und ich halte euch da den ganzen Tag auf dem Laufenden. Also, ähm, schaut rein und, ähm, ja. Wir sehen uns. Wir sehen uns.